Willkommen zu eurem Spieler des Tages, Leon Radojewitsch. Herzlichen Glückwunsch, ein sehr guter Wunsch für eure Team. Ich denke, du hattest wirklich den Fokus von Beginn an. Ich denke, das war der Hauptpunkt heute. Du hattest wirklich die Hände in das Spiel. Ja, natürlich, denn das war unser Ticket für die Playoffs, für den 3. Spot. Wir müssen den 3. Spot schützen. Und mit diesem Wunsch, ich denke, wir brauchen nur einen Wunsch, um in der 3. Position zu sein. Aber auch, wenn Bamberg verletzt, wir können auch die 2. Position in der 2. Und wegen dieser, wir sind wirklich sehr ernst. Aber ich denke, dass wir in jedem Spiel dieser Saison sehr sehr ernst haben. Manchmal war es schwer, weil wir fühlten, während wir in der Eurocup spielen, also wir haben keine Zeit, um zu resten. Aber jetzt, wenn es nur die deutsche Championship ist, ich denke, dass wir in jedem Spiel sehr gut vorbereitet werden können. Und ich denke, das ist das wichtigste. Ich denke, dass wir in jedem Spiel in jedem Spiel in jedem Spiel sehr ernst nehmen. Das war für ihn auch der Schlüssel heute. Mit der eigenen Motivation, auch unbedingt den 3. Tabellenplatz zu verteidigen in den verbleibenden Spielen in der Hauptrunde. Dort nochmal richtig Gas zu geben, jedes Spiel sehr sehr ernst zu nehmen. Und das ist die Einstellung, die dieses Team über die gesamte Saison auszeichnet. Ich erinnere mich da nur an das verrückte Eurocup-Spiel im tiefsten Russland oder Ukraine, wo sie wirklich einen Horrortrip hin hatten und trotzdem das Spiel noch gewonnen hat. Also diese Mannschaft hat Charakter. Und das kann entscheidend sein, gerade im Playoff-Rund. Was denkst du, dass wir über die Playoffs sprechen? Es gibt natürlich einige Spiele, um in 3. Platz zu erreichen. Aber ich denke, dass dieser Charakter der ganzen Team, das ist eine gute Team-Kämie. Du bist nicht auf zwei oder drei Spieler. In jedem Spiel gibt es verschiedene Top-Spieler. Heute glaube ich, Wolfhard Bottelmann, dein Backup-Center war der beste. Aber ich denke, dass das eine große Kraft von Berlin ist. Es ist ein wirklich tiefes Team und viele gute Leute in deinem Krupp. Ja, genau. Und ich denke, der Coach, am Anfang der Saison, während der Sommer, wenn er das Team macht, war, wenn er einen Spieler, war, dass er die Charakter zu haben, um eine gute Team mit guter Chemie zu haben. Also, ich denke, das ist unsere größte Kraft. Denn in jedem Spiel haben wir einen. Ich glaube, nicht nur noch eine Praxis, insbesondere das Spiel, dass jemand mit einem anderen kämpft. Wir haben immer eine große Unterstützung. Und, wie man sieht, in jedem Spiel jemand anderes rauskommt. Denn das ist wie der Coach das Spiel macht. Wir haben nicht wirklich große Starten. Wir haben unseren Top-Spieler, unseren Best-Spieler. Aber ich denke, das wichtigste ist, dass wir das Team zusammenhalten haben. Dass wir keine großen Individuen haben, die manchmal das Team verletzen können. Es ist nicht wichtig, ob sie gute oder schlechte Leute sind. Aber wenn man einen großen Start im Team hat, dann kann das manchmal schlecht sein. Aber jetzt sind wir sehr gut. Wir spielen als Team. Wir haben eine gute Chemie. Alles geht gut. Und das ist das wichtigste. Das ist der Grund, warum wir gut spielen. Und das ist das wichtigste. Und ich glaube, du bist jetzt heiß, um das große Ziel zu erreichen. Niemand hat es erwartet. Weil das Ziel war die Semifinals, wie Sascha Obradovic sagte. Aber jetzt ist alles für die Team möglich. Du bist der Kup-Champion. Ja, genau. Aber wir wollen nicht erst die Semifinals erreichen. Wir müssen die Semifinals erreichen. Und dann sehen wir es, weil wir nicht haben die Hälfte. Und es wird schwer sein, besonders mit Bayern und Bamberg. Jeder weiß, wie stark sie sind bei Hause. Aber ich glaube, wir haben eine Chance, vielleicht zu gewinnen. Eine der Spiel auf der Straße gegen sie. Wir haben schon gesehen gegen Bamberg gezeigt, dass wir mit ihnen spielen spielen. Und ich glaube, wir müssen einfach spielen, was der Trainer sagte, um sich zusammen zu halten. Und ich denke, die guten Dinge kommen. Okay, gute Glück für Leck. Vielen Dank für die Interview. Und gute Glück für die nächsten Games.